Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten. Heute mit dem Dr. Oetker Intermezzo Hot Chili mit Peperoni Salami. Würzig scharf heute hier am Start. Um das Teil überhaupt erstmal mampfen zu dürfen, ballern wir es tiefgefroren in unseren Backofen. Backofen, der vorgeheizt bei 220 Ober-Unterhitze ist und Heißluft 200 Grad Celsius. Dann heißt es, die Folie entfernen, die tiefgefühlte Intermezzo auf den Roste in der Mitte des Backofens 10-12 Minuten backen lassen. Wir stellen sicher, dass das Produkt vor dem Verzehr vollständig durchgehitzt ist und können danach mit dem Mampfen beginnen. Wenn ihr das etwas schneller und sinnvoller machen wollt, energiesparender, nehmt euch einen Airfryer, 6 Minuten 200 Grad, Jobs done. So wurde auch diese Intermezzo hier nämlich zubereitet. Was sagt denn der Dr. Oetker dazu? Hm, mit pikant, gewürzter Mini Salami und Mozzarella auf würzig scharfer Chili Schumadensauce. Der Boden locker knusprig, der Belag schön herzhaft und beides vereint zu einem echten Leckerbissen für zwischendurch. Das ist Intermezzo von Dr. Oetker. Die kleine Mahlzeit in ovaler Form kombiniert raffinierte Auflage mit abwecklungsreichen Soßen. Mediterranes Lebensgefühl aus unserem heimischen Ofen. Wenn wir da Dinge ballern, sind 422 Kilokalorien fällig. Wow! Als kleiner Snack ganz schön fett. Crousin Start. Deshalb war es bei einem komplettes Mittagessen. 1773 Kilojoule sind das. 16 Gramm Fett. Davon gesättigte Fettsäuren. 6 Gramm Kohlenhydrate. 51 Gramm. Davon Zucker. 6,6 Gramm. Ballaststoffe. 4,3 Gramm. Eiweiß. 16 Gramm. Salz. 2 Gramm. Wir sehen also, das ist schon Mittagessen wert, finde ich. Wer jetzt nicht groß speckmäßig zunehmen möchte, sollte hier ein Intermezzo genießen mit vielleicht noch einem Schiffchen dazu. Und das war es dann auch schon wieder. Schwierig, aber sinnvoll. Denn das Intermezzo Hot Chili mit Peperoni Salami ist würzig scharf, aber nicht zu scharf für mich als Weichheim. Es schmeckt sehr gut, sehr zu empfehlen. Deshalb gibt es einen massiv nicen 9 von 10 Punkten für das Intermezzo. Ja, Hot Chili mit Peperoni Salami. Leckere Pizza ist es nicht. Es ist ein Zwischenspiel. Denn Intermezzo heißt in der Musik ein Zwischenspiel. Ergo wird Dr. Oetker diesen Namen gewählt haben, weil es ein Zwischenspiel zwischen einem Baguette und einer Pizza darstellt. Kalorienmäßig auch. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Intermezzo. Daumen nach oben. Sun Sun.